Wie kann man das eigentlich aufschreiben? Tut mir leid, Mann, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Auf jeden Fall, er hat auch viele Daumen hoch bekommen, bei Part 17 war es, glaube ich, also wenn er da nochmal guckt. Weil wohl alle Leute das so ein bisschen wissen wollten, was er gefragt hat oder eingefordert hat. Und zwar war sein erster Themenvorschlag, dein größter Traum. Und das ist in der Tat wirklich sehr interessant, ja, weil ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne träumt, ja. Ich träume gerne nachts, also so richtige Träume. Ich träume aber auch gerne im Sinne von, ich spinne mal ein bisschen rum und mache mir Gedanken zu irgendwas. Und ja, es muss nicht unbedingt immer realistisch sein. Da geht es ja in dem Traum auch eigentlich drum, da das nicht realistisch ist. Realistische Sachen sind schön, aber manchmal auch langweilig. Und ja, also, was ist mein größter Traum? Ich kann das eigentlich gar nicht so direkt sagen, sage ich mal. Also, es ist, finde ich, ein bisschen zu allgemein, wenn man jetzt sagt, mein größter Traum ist, irgendwann richtig glücklich zu sein oder generell im Leben glücklich und gesund zu sein. Das sind immer so Pauschalsachen, die sagt immer irgendwie jeder. Also, ich habe so das Gefühl, das sagt jeder. Jeder sagt immer auch so, zum Geburtstag sind immer so diese typischen Glückwünsche. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Da sagt man immer, ich wünsche mir Glück und Gesundheit. Oder ich wünsche dir, die mir ist ein bisschen, naja, also ich wünsche dir Glück und Gesundheit. Und das braucht ewig, bis wir den Redstone abgebaut haben. Verdammte Scheiße. So, wir bauen nur noch den hier ab und dann gehen wir mal zur Seite. Woher sind wir auf Höhe 6? Wir gehen auf Höhe 12 zurück und bauen da mal. Irgendwie gibt es hier keine Caves. Ah, stopp! Ich kann doch gucken mit Noclip, wo einer ist. Da cheat man zwar ein bisschen, Leute, tut mir leid. Aber ich glaube, ihr habt auch keinen Bock, hier nur 8 Stunden so ohne Ressourcen und so. Hä, da ist eine Enderman-Familie. So, wo bin ich denn hier? Aha. Hier haben wir... Ach so, da oben ist also der dicke Cave oder was. Hier ist was? Warte, wir gucken uns mal kurz, bevor ich mit den Träumereien weitermache. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal einen Weg zu den Endermans. So. Okay. Ja, das sind halt immer so Pauschal-Dinge, die sagt jeder irgendwo. Aber im Grunde hat man doch andere Träume. Also, glaube ich zumindest. Ich sehe es zumindest so. Klar, das sind so Sachen, man möchte es haben, es ist nicht schlecht, wenn man immer gesund ist und so. Aber im Endeffekt strebt man doch auch nach mehr oder man... Dann sage ich mal, man hat irgendwo doch Träume, die schon ein bisschen größer sind und mehr als das. Ja, ich kann es schlecht sagen, was mein größter Traum ist. Ich habe keinen speziellen Traum. Ich habe... Also, ich habe eher... Man kann es so sagen, bei mir ist es so eine Ansammlung aus Wünschen. Ich möchte irgendwann mal... Also, wo ich... Ja, kann man das überhaupt so sagen? Wo ich Angst vorhabe. Ich fange einfach mal an zu reden jetzt. Ich rede irgendwas, Leute. Ist jetzt ein schwieriges Thema. Ja, das, wo ich Angst vorhabe, ist, dass das Leben irgendwo zu langweilig wird. Sprich, dass ich in ein paar Jahrzehnten immer noch irgendwo... Ja, was heißt immer noch? Im Moment ist es ja nicht langweilig. Ja, doch. Ja, es geht. Muss man unterteilen. Die YouTube-Sache hier ist null langweilig. Ja, die fordert mich immer wieder. Und das macht auch immer wieder Spaß. Die Schule ist zum größten Teil recht langweilig für mich. Da ist das halt so. Also, ich brauche Herausforderungen, Leute. Es war schon immer so. Ich brauche Herausforderungen. Wenn ich keine Herausforderungen habe, vor YouTube, war das ganz schlimm. Ich hatte keine Herausforderungen. So gut wie nirgendwo hatte ich irgendeine Herausforderungen. Das war schlimm, Leute. Und bei Ansuad, da gehe ich zu Boden, dann kriege ich zu viel. Deswegen ist mein größter Wunsch eigentlich, dass ich hinterher einen Job habe, in dem ich immer wieder neue Herausforderungen habe. In dem ich mich immer wieder neuen Dingen stellen muss. Ja, das wäre wirklich mit so einer meiner wirklich großen Wünsche, dass das so eintritt. Dann habe ich noch eine Menge gesellschaftlicher Wünsche. Ach, scheiße. Boah, was habt ihr denn hier? Habt ihr hier heute The Black Man Versammlung oder was? Ja, geh mal weg. Ender Pearl, Ender Pearl. So, jetzt können wir nämlich hier schön erstmal hochgehen. Ja, also das zum einen, also einer meiner größten Wünsche oder ein Wunsch ist zumindest, ähm, oder Traum, ja Traum, ich sag mal Wunsch, damit es nicht langweilig wird, dass ich immer wieder neue große Herausforderungen habe. Und deswegen, naja, da kommen wir zu einem Thema, das kann ich direkt mit einbauen, was ich später mal werden möchte. Ich möchte auf jeden Fall, ähm, Physik studieren. Physik und Mathe. Ich werde möglichst gucken, dass ich beides mache. Und, ja, muss dann gucken, ob ich entweder dann Mathe ganz studiere oder Physik ganz studiere. Im Moment tendiere ich mehr zu Physik, obwohl ich die Mathematik auch verdammt interessant finde. Deswegen würde sich beides auch anbieten, wenn man es schafft. Aber das weiß ich noch nicht. Es kann genauso gut sein, dass ich auf einmal, ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, irgendwas Psychologisches oder Pädagogisches mache. Ähm, mit Kindern, ja, mit Kindern auch. Ich mag Kinder sehr, äh, aber ich könnte mir keinen Sozialarbeiter vorstellen oder irgendwie, äh, Kindergärtner genauso wie Grundschullehrer könnte ich mir auch nicht vorstellen. Eigentlich auch kein Lehrer, Gymnasial oder sowas, Lehrer könnte ich mir eigentlich auch, könnte ich mir vorstellen. Aber ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Weil mir von den Herausforderungen, klar, man hat Herausforderungen, jeden Tag mit irgendwelchen Jugendlichen sich da rumzuschlagen. Okay, aber es ist nicht die Art von Herausforderungen, die ich gerne hätte oder die mich reizt. Mich reizen so Herausforderungen wie, ja, das Ungewisse, Leute. Ich werde vom Geheimnisvollen angezogen, ja, das Mystische sozusagen. Sprich, wenn man mir jetzt einen Job in der Area 51 anbieten würde. Ja, ich weiß, was da alles ablaufen kann und, ne. Ich weiß das. Aber ich würde mir das achtmal überlegen, ob ich da vielleicht nicht den Job annehme. Das wäre eine Herausforderung. Egal, also klar, wenn ich zu dem Zeitpunkt eine Familie hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Weil Area 51, ne, einmal drin, nie mehr raus. So kannst du das ungefähr beschreiben. Aber wäre ich jetzt total alone und es wäre nichts in Sicht und, was weiß ich, dann würde ich mit dem Gedanken spielen, da zum Beispiel hinzugehen. Das wären so Herausforderungen. Was auch eine Herausforderung wäre, wäre die Politik. Ich kann zwar viele der heutigen Politiker null verstehen, ja. Also, ich finde, die machen teilweise den größten Mist in ihren Positionen. Ja, obwohl man sagen muss, dass meiner Meinung nach die Politik auch ein bisschen unterwandert ist, ja. So kann man das sagen. Also, normalerweise, es geht nicht so. Also, Demokratie ist gut, aber total Demokratie ist auch nicht gerade produktiv. Ja, sprich, wir können die Demokratie so machen. Man sollte in gewissen Teilen den Bürgern mehr Rechte geben, finde ich. Mehr Bürgerentscheide und Volksentscheide machen. Auf der anderen Seite sollte man in anderen Bereichen aber auch wieder die Autorität des Bundeskanzlers, wenn wir es mal so nennen, steigern und ihm da mehr Entscheidungsfreiheiten lassen. Sprich, es muss nicht alles durch 80 Ausschüsse erst und dann wird etwas entschieden, wenn es dann schon wieder zu spät ist. Ja, also da gibt es zweierlei Sachen. Da müsste man halt dann noch das beste System finden. Das könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Aber was ich auf jeden Fall will, was ich durch meine Videos hier ja auch schon mehr oder weniger versuche ein bisschen, oder was ich erreichen möchte, ist eine Gesellschaft, die nicht so ist wie diese. Man ist jung, ich bin jung, da spinnt man natürlich mit den Ideen auch immer so ein bisschen rum. Man will die Welt verbessern. So geht es mir auch noch. Ich will was tun zur Verbesserung der Welt. Ich will was tun zur Verbesserung der Gesellschaft. Und das ist eigentlich so einer, sag ich mal, ein großer Traum von mir, auch wenn es komisch klingt. Aber dass hinterher eine Gesellschaft entsteht, die wirklich komplett autonom ist, die sich selbst kontrolliert und in der es sowas wie Korruption und Betrug und Lügerei nur zu einem geringen Prozentsatz gibt. Und nicht so, dass es wie in der heutigen Welt überwiegt. Und da kann man mir erzählen, was da wohl überwiegt in der heutigen Welt. Und es wird auch von Industrien und, und, und gefordert. Also nicht gefordert, aber man muss es haben. Ja, also es ist auf der einen Seite natürlich, die heutige Welt ist völlig rationalisiert, wenn man es mal so sieht, oder gibt vor, rationalisiert zu sein. Sprich Vernunft, ja, Ration ist Vernunft mehr oder weniger vom Lateinischen her. Ja, sagen wir mal, denkend. Ja, es ist aber auch oft so, dass die Emotionen einfach überwiegen. Und in einer rationalen Gesellschaft sind Emotionen nicht gut. Wenn wir ehrlich sind, ist im Geschäft eine Emotion nie gut. Was geschäftliche Dinge angeht, sollte man Emotionen zum Beispiel vollkommen aus dem Spiel lassen. Was Beziehungs-, also zwischenmenschliche Beziehungen angeht, oder Beziehungen, also wenn es keine Geschäftsbeziehungen sind, sprich menschliche Beziehungen, ja, zwischenmenschliche Beziehungen angeht, da sollte man natürlich... Ja, also wenn es keine Geschäftsbeziehungen ist, kann man natürlich auch nicht mehr, wenn es keine Geschäftsbeziehungen ist,